Hallo Leute! Hallo. So, 10 Jahre vergangen. Aber mit neuer Motivation am Start. Ja, das stimmt. Wie ging das? Wir wissen immer noch nicht, wo wir langen müssen. Ich bin fast tot. Oh ja, das stimmt. Wir haben uns erstmal auf. Was ist denn überhaupt passiert? Erzähl mal. Weiß ich nicht, wir haben Crackmire getötet. Crackmire? Und dann war irgendwas. Wie, war was? Du weißt gar nichts mehr, kann das sein? Von dem Spiel nicht, ne. Aber was wir zuletzt gemacht haben? Ja, auch nicht, ey. Wir waren in dieser Wasserwelt, dann kamen wir da nicht weiter und dann bist du weggegangen. Aber wir sind doch weitergekommen, guck mal, dann waren wir doch hier. Ja, das war, wir sind wieder zurückgegangen, den Ort kenn ich noch. Ja, weiß ich nicht mehr. Ich fülle mich jetzt erstmal auf und speichere nochmal ab, weißt du. Ich glaube, das ist so das Sinnigste, was man machen kann. Das ist das Unsinnigste. Ne, guck mal, wie sinnig. Ich habe jetzt einen SNS-Controller am PC. Das ist richtig geil. Keine Zeit mehr für Ausreden. Keine Zeit mehr für Ausreden. Keine Zeit mehr für Ausreden. Kein anderes Spiel. Wie das Land, so das Jeweil. So. Passt doch. Hätten wir natürlich auch Offscreen machen können, aber... Das kennt ihr. Haben wir noch nie gemacht. Ne. Doch, haben wir schon gemacht. Kann sein. Aber jetzt nicht mehr. Andere Zeiten sind angebrochen, neues Jahr. Ja. Dunkles Zeit, Alter hier. Ja. Bald gibt's keine Videospiel-Videos mehr auf YouTube. Richtig. Alles wird weg monetarisiert von den anderen und... So. Wir sind schon auf Dailymotion. Klipfisch. Mein Video. Wo müssen wir denn jetzt hin, ey? Was würde denn Sinn geben? Geh doch mal dahin, wo schwarz-blau ist. Da unten. Da unten blau ist der Knecht. Dann gehe ich einfach mal nach oben. Ja. Und dann gucken wir weiter. Das wäre vielleicht mal ne... Gute Idee. Fickt euch doch, ihr Dinger. Wie schieß ich? Der Controller. Wieso kann ich mich da nicht dranhängen? Ich bin einfach da drauf, ey. Ah. Was ist er da für Faxenversuch, ey? Oh shit, ey. Lass mich schön Säusebart nehmen, ey. Nicht mehr mit dem Controller. Ah. Das ist ne Block, ey. Ey. Crockmeyer. Crockmeyer. War rechts noch was? Ganz rechts? Da war ich. Da war der Energietank. Den hab ich doch geholt. Aber ganz rechts. Guck mal, da ist noch ein Punkt. Wie soll ich das denn machen? Ja, das rüber mit dem, äh... Wie heißt das? Grapple Beam. Grapple Beam. Flapple. Das rüber mit dem, äh... Das hängt an, ey. Hä, den hab ich nicht geholt? Das ist irgendein alter Safe. Keine Ahnung. Das ist voll der uralte Safe anscheinend. Kann doch gar nicht sein. Guck mal, wir haben auch... Ich guck mal, was haben wir für Items? Das sagte gar nichts, ey. Warrior Suit. Der Warrior Suit. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß doch auch nicht, Mann. Wir haben uns ja perfekt vorbereitet. Ja, das ist es ja. Diese Session. So wie man das halt von uns kennt. Ist jetzt auch egal? Ja. Wir wissen ja eh nicht, wo lang. Wir gehen einfach mal hier lang. Hier ist noch nix. Ja, da wo überall noch. Das ist es einfach. Man muss einfach mal jetzt ein bisschen erkunden hier, erforschen. Waren wir nicht weiter? Sicher waren wir weiter, aber ich weiß es nicht mehr. Du bist voll, Mann. Achso. Ich blick nicht mehr durch. Das ist zu lange her. Einmal Pommes und Rot-Weiß. Was ist denn hier? Wie geht das denn? Achso, da oben. Ist der Falsche? Ich hab doch gerade wie so'n krasser Typ geschafft. Was? Das geht nicht mehr. Die kreißen dich. Speedrun. Speedrun. Das ist nix. Hier waren wir schon mal. Guck mal auf die Karte nochmal. Obwohl die AG einfach links war. Hier waren wir noch nicht. Ach, hier können wir gar nicht her. Ne, meinste? Das zieht ja ab. Hatten wir nicht schon den anderen Suit? Oh nein. Alles weg, ey. Hier war doch. Ridley. Richtig. Aber da müssen wir doch auch hin. Naja, wir brauchen aber erstmal den anderen Anzug. Den gibt's doch hier bei Dings. Äh, bei dem, äh, Wasser-Ding. Echt? Ja. Das war nämlich unser nächstes Ziel. Ah. Ganz famos. Aber jetzt kommen wir langsam wieder hier rein, ey. Was wir, was wir wollten. Also ich bin schon längst wieder raus. Wo wir hinwollten, was unser Ziel ist. So, wir gucken jetzt einfach noch auf die Karte. Ja, Bullshit. Was ist denn das rechts oben? Da ist auch noch ein Punkt. Da ist noch ein Punkt. Da ist noch ein Punkt. Jetzt lässt sich einen Punkt da haben wir doch alle. Kann ich doch irgendwie die Karten wechseln? Was soll der Müll denn? Das weiß ich nicht. Ich bin immer noch irgendwie der Meinung, dass es da falsch safe ist. Warte, ich guck, eventuell weiß ich, ich guck einfach mal nach. Ganz ehrlich. Falls du's noch nicht wisst, wir haben zusammen einen gemeinsamen Kanal. Alter, ohne. Da könnt ihr die alten Videos nachschauen. Stimmt, theoretisch hätten wir das auch machen können, aber. Wir waren zu doof. Wie, ich hab die nicht abonniert. Doch, hab ich. Was ist das denn hier? Oh, nö. Was ist das denn? Ich kann grad nicht gucken. Ich würd sterben, wenn ich das jetzt hier mache. Du wirst sterben, ey. Wir sterben am Arsch. Oh, was wie viele Projekte nicht abgeschlossen wurden. Nö, stimmt doch gar nicht. Stimmt auch nicht. Kommen bald neue dazu. Warte mal, warte mal. Da, Metroid 12 war das letzte. Gucken wir mal, wo wir stehen geblieben sind. Metroid 12 war das letzte? Wir waren in dem Eisweltding, ey. Das war der Fall für Safestate. Sag ich doch, hab ich doch auch gesagt. Ja, ich wusste es ja auch nicht. Du wusstest auch nicht mehr genau. Ja, wusste ich auch nicht. Ich lag mal den anderen dann. Na, mach einfach mal. Wir gucken mal, was passiert. Hier sind wir. Ist das richtig? Ja, das ist jetzt richtig. Ja, stimmt. Guck mal, wir haben ja einen Anzug. Acht Minuten später, ey. Guck, ey. Wenn das ja gleich alles anders aussieht, nun. Was hast du mit der Energie gemacht? Jörg, Couch. Jörg. Was hast du mit der Energie gemacht? Was soll das? Hier mussten wir überall irgendwo hin. Ja, richtig. Hier kamen wir ja nicht weiter. Ja, aber hier geht es weiter auf jeden Fall. Vielleicht schon. Oh! Was will er denn? Was, wer bist du denn? Jetzt will ich leben. Das Teil ist ja total ausgetastet. Deswegen hab ich auch erschossen. Wie so eine Silvester-Pakete nach oben geschossen, ey. Boah. Balljumps. Tom Europos. Bis denn. Wer == so wichtig funktioniert Wart ab, ey! Wart ab! Ja, ich hab schon Zeit, ne? Na, geht nicht. Das geht schon, aber hier kann das nicht in den Stürzgleich Entferrt er mich denn mit so wenig Energie hier gelassen? Ich? Ja. Und jetzt? Da kann ich auch nichts zu sagen. Ja! Ich frag mich, wie solche Monster überhaupt dir Schaden machen können. Ich weiß, du hast voll nen fetten Superkampfanzug an, ey. Ja. Wo selbst die Space Pirates neidisch drauf sind. Echt? Und dann kommt so, 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 was weiß ich, fliegender Sochen. Sieht überhaupt nicht gut aus, so wie hier gerade sind. Ja, aber da müssen wir eigentlich hin. Ja? Ich glaub schon. Ich glaub. Was lustig ist, hier müssen wir hin und hier waren wir schon mal. Ja, aber irgendwo geht's da weiter. Ich weiß aber nicht wie und wo. Oder wie oder was. Hier, wie war das? Wie war das? Shit, ey. Du bist ja gleich schon... Da war immer nach jeder Folge. Ja. Guck nach. Guck nach. Ey, ich muss auch schon mir nachgucken. Guck nach, ey, da war jede Folge abwechselnd. Was er labert? Die Wahrheit laber ich richtig. Weißt du, erstmal den falschen Safe-Stage spielen. Ja, w-w-w-wass... Ja, wie war... wie... was soll das denn? Kann ich ja nicht wissen. Weißt du, schön am Farmen nur, um sich aufzuladen und dann sagen, dass er... Ne, 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 ne. Wie kommt man hier raus? Hä? 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 Ey, wo? Hä? 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 Hilfe! Was ist denn? Ich muss doch mal wieder aufsuladen. Jetzt wieder. Oh. Hast du gestorben? Sicher! Ich muss doch da nachgucken. Ich weiß nicht, wie du gestorben bist. Ach, ich auch nicht. W-watt, wo haben wir denn gespeichert? Was soll das denn? Wieso hab ich auf einmal wieder einen anderen Suit und alles... Hahaha! Ich muss den Safestate bealaden, oder was? Ja! Was soll das? Das gibt mir gar keinen Sinn! Uah! Hahaha! Du musst jetzt erstmal irgendwo hin, wo ich speichern kann. Da hinten in der Ecke. Da speichere ich jetzt erstmal, damit wir jeden originalen Safestate haben. Dahinten in der Ecke, Mann! Ja. Wie mich das alles ankotzt. Ja, das ist halt erstmal, wie er reinkommt. Das ist ja für uns beide nicht leicht. Ne, nicht wirklich. So 20 Minuten nimmt jeder immer auf, oder was? Ja, war glaube ich richtig, ja. He. War so klar. Fick dich! Oh fuck, ey! Hahaha! Keine bösen Wörter! Der Zug ist abgefahren. Hahaha! Schon 2008! Ja! Neun oder acht, weiß ich nicht. Neun. Neun. So, wir müssen jetzt irgendwo hier runter, oder? Ist richtig. Stimmt eigentlich, wir müssen da unten irgendwas machen. Ja. Ergibt Sinn. Irgendwie. Ey. Ach so ist das! Was denn? Was denn? Maschine! Wer ist ne Maschine? Stefan! Das war schon immer so, aber das ist jetzt auch nicht mehr. Der hat jetzt ne neue, der hat jetzt ne... Die eigene Wohnung. Das heißt, der hat ne neue IP, ey. Wie, wat, wie? Haben wir was verpasst? Der hat ne eigene Wohnung? Ja! Wissen die Leute alle gar nicht. Das sind hier Facts, ne? Weißt du? Brand heiß, brand aktuell, ja. Ist nicht so viel geändert, ey? Ja. Kaum hat das Jahr begonnen, ändern sich so viele Sachen. Wichtig. Nico lacht doch. Wat? Was mit Nico? Bei dem hat sich nichts geändert. Doch. Bald, ey. Neue Videos. Genauso wie bei Moses. Moses lädt morgen hoch. Ich weiß zwar nicht wann das Video hier hochkommt, aber... Moses lädt immer morgen hoch. Ja. Immer. Einfach. Ja. Und Sims. Das lade ich schon für morgen hoch, das Video. Echt? Ja, warum nicht? Ja, guck mal. Die Leute machst du wieder ne Spitz, ey. Wie die Nachbars Lumpy. Und dann kommt wieder nix. Das stimmt, weil die auch mal so wenig bei uns kamen. Das stimmt allerdings, ey. Wir haben eigentlich immer... Was ist das denn? Das sind, ähm... Tja. Ach, weil die Gegner da noch sind, oder wat? Ne, da kommst einfach nicht hin. Von der Seite. Das versteh ich nicht. Ich auch nicht wirklich, aber... Hier kannst du dich gut aufladen. Mach ich jetzt auch grade. Schön die Arbeit für mich erledigen. Ja. Ja. Und wenn ich mich schon die Hälfte meiner Zeit damit verplempert habe, einen Safe State hinterher zu rennen, ne? Ist es das, was die Leute sehen wollen? Ich glaube ja. Ja. Ich auch. Mario Party fühlt sich, die Runde kommt irgendwann. So dann... Schnell. Wollte ich am Anfang des Videos sagen. Morgen. Morgen kommen neue Videos. Ich krieg jetzt grad mal ne Bombe für Helpsil. Ne, ne Bombe! Ne Bombe! Was mit Emre eigentlich? Emre. So, hab nix mehr hier. Guck mir anscheinend einfach nicht weiter. Ich zeig dir gleich wie das geht. Das ist gut. Also ich bin mir nicht sicher, aber... Unsicherheit hat noch nie jemanden weitergebracht. Ja, stimmt. Du musst einfach immer das überzeugend rüberbringen. Ja. Dann kauft dir das jeder ab. Ja, klar. So ist der Mensch halt. Der ist halt so doof. Und der Mensch ist Mensch. War das Metroid? Ja, das waren aber diese... dummen Metroids, die jetzt nicht die schwachen. Alpha Metroids oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwelche dummen. Musst du Sui fragen, der kann sich damit anfangen. Ja, ja, ja. Kann er mir dann wieder... Drei-Stunden-Vortrag halten, ey. Lebensweise der Metroid. Ich hoffe, ich gebe Vorlesungen dafür, ey. Ja. Metroid ist normalerweise nur auf dem Planeten... Äh, wo kam die her? Zebes? Ja. Ja. Tufi... Er ist der Dekan der Universität in Zebes. Wie kann man denn hier irgendwas machen? Spring! Ich drück doch! Hörste? Du glaubst nicht! Du musst nach oben noch dabei drücken. Ich drück doch hoch! Also wie du ihn da von hinten nimmst, weißt du? Der Controller bricht gleich in der Mitte kaputt! In der Mitte entspringt ein Fluss. Gott, war das spannend! Ist da was? Da ist auf jeden Fall was. Was machst du da? Ich will wissen, ob da unten was ist. Da unten? Ne, da unten. Das glaube ich nicht. Wie komm ich denn jetzt wieder raus hier? Du gehst gleich eins auf die Schnauze. Hä? Hä? Ich geh immer mal ganz nah hoch. Mach mal Bombe. Oder so. Guck mal da, ey. Kannst einfach wegblasten. Master Blaster. Nein! Nein! Fühl die ein, ey. Und dann nimm die als Plattform. Boah! Ich bin wie Navi, ey. Listen! Ey, was stimmt da nicht? Geh nicht! Geh nicht! Das ist... Sparta! Spring da nicht raus! Ich komm doch nicht hin! Warum macht der das manchmal so und manchmal nicht! Ja! 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 Wir müssen zweimal abgetroffen werden. Jetzt, guck mal. Jetzt kannst du das schön... Hahahaha! Ey, der fällt einfach runter! Das ist Schiebung! Schnell weg! Hier war nix. Mach nochmal hier Dings. Ah, so. Aber da musst du vielleicht die andere Röne benutzen. Die kamen wir doch gar nicht rein. Das haben wir doch schon nochmal probiert. Aber da kamen wir rein. Ich bin jetzt aber auch nicht mehr dran, du bist jetzt dran Du bist dran, ich lege eine verdeckte Fallgarde Du bist, du bist Ich komme nicht mehr raus, du bist